Facelifting für den hinteren Teil der Buchholzer Straße Die fünf Altstadt-Kandelaber werden derzeit durch zehn moderne LED-Leuchten ersetzt. Die zeitgemäßen Lichtstählen fügen sich nicht nur harmonisch in das Antlitz der sanierten Straße ein, sondern liefern eine ganze Reihe handfester Vorteile. Wichtigstes Plus für eine Energieeinsparung von 80% gegenüber den alten Natriumdampf-Hochdrucklampen, was einer jährlichen Verringerung des Kohlendioxid-Ausstoßes von 2,5 Tonnen pro Jahr entspricht. Des Weiteren leuchten die oberen drei Lichtstählen gemeinsam mit der Stähle am Theaterplatz rückwärtig auch die Scheibner Straße aus. Nicht zuletzt bieten zwei der neuen Lampen die Möglichkeit, die Fassade des Theaters anzustrahlen. Die zehn neuen Lichtstählen begnügen sich mit 977 Kilowattstunden jährlich. Die fünf bisherigen Hochdrucklampen verbrauchten dagegen 5229 Kilowattstunden Strom.